Damit, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play, Batman Arkham Knight, wir sind bei den Stealth-Karten, Harley Quinn spielt die Abwehrbeseitigung. Ey, nein, schalte alle Wachgeschütze aus, verwende nur ausschalten, erleide keinen Schaden durch Wachgeschütze. Alter, ich glaube bei der Map brauch ich jetzt übel, ey, übelst lange. Ach du Scheiße, alle Wachgeschütze. Harley, wie soll ich denn mit ihr da runterkommen? Soweit ich es sehe, fällt die doch allen Gegnern entgegen, ne? Wenn ich jetzt hier droppe, lande ich vor dem Wachgeschütz. Ach du Scheiße. Jetzt verstehe ich echt, warum der eine das Autisten-Map nannte. Okay, ich bin auf jeden Fall schon mal unten. Nein, was mache ich? Ach, sie ist in das Wachgeschütz reingerutscht. Mist. Simulation aktiviert. Genau so kann es gehen. Bist du schon safe, hier runter zu gehen? Ne, der Typ wird mich sehen. Ich warte kurz ab. Da stand nur ausschalten, ne? Da stand nur ausschalten. Ja, also, das ist bei ihr lautes Ausschalten. Okay. Machen wir erstmal die zwei Wachgeschütze kaputt. Und das Problem ist, die hat eine sehr lange Animation, die sie da immer drauf reiten muss. Shit, der Kerl. Hier lang zurück. Warte, machen wir auch. Wollen wir es? Machen Vorsprung aus sollten. Was geht ja nicht? Stimmt, die zieht die ja runter. Egal. Ach so, okay. Das heißt, wenn ich einen Fehler machen würde, würde es mir das System hier anzeigen. Achtung, da kommt einer. Was? Nein, nein, nein. Hau doch nach unten ab. Okay. Puh, das war, das war knapp. Dann mache ich nämlich erstmal dieses Wachgeschütz hier kaputt. Was? Irgendwer sieht mich noch? Shit. Hau nicht. Ich wollte dir nur... La, la, la. Ich kann dich nicht hören, Aline. La, la, la. La, la, la. Die ist weg! Sucht weiter! Hey Schätzchen! Ha! Ich hau erst mal ab. Es sind mir zu viele Typen hier. Hä? Ich führe sie auch! Achso, das wäre nur hochziehen. Das macht sie ja nicht. Alle in meine Richtung. Kein Springtabler. Nicht mal sowas. Wir können ihn nicht helfen. Ihn hat erwischt. Da unten ist irgendwas. Da ist nichts. Ich dreh wohl langsam durch. Ah, stimmt. Ich glaub, da unten bewegt sich was. Was auch immer es war, es ist weg. Wenn ich schnell bin... Der guckt in meine Richtung. Das ist das Problem. Dreh dich mal um, Meister. Schnell! Schnell! Das kann von da drüben! Achja, du bist erledigt! Kann wohl von da drüben! Jetzt ist meine einzige Chance. Jetzt ist meine einzige Chance. Was? Wieso durfte ich den schon wieder nicht deaktivieren? Tsk! Wieso durfte ich den schon wieder nicht deaktivieren? Wie soll ich denn die Wachgeschütze ausschauen, wenn ich das nicht deaktivieren darf? Was? Hey, da unten hat sich was bewegt. Hier ist nichts. Vor solchen Tagen hat der Joker immer gewarnt. Ich glaub, da unten bewegt sich was. Was auch immer es war, es ist weg. Ach, wir machen's jetzt. Wie war das? Das ist okay. Das ist okay. Ich bin dort! Acht Gegner! Ich kann hier rein theoretisch auch alle bis auf einen ausschalten und dann die Wachgeschütze zum Schluss machen. Da unten ist irgendwas! Da ist nicht! Ich riefe langsam durch! Ah! Sie ist hier! Das wird diesen Krieger vorlaufen! Setze, spreng das ein! Ah, wollter Schatz! Ah, ich bürne, ich bürne! Stop it, stop it, stop it, stop it! Mach es doch jetzt mal kaputt! Na also, geht doch! Ich bürne, ich seh sie! Du hörst mir! Nein! Mal sehen, wie schwer er verletzt ist! Wo? Beim Abladepunkt! Ich bin hinter dir! Ich bin hier wirklich cool! Lalalalalala! Niemand hört dir zu! Das ist irgendwie echt Shizu, ne? Das ist Wachgeschütze, das wird schwierig! Lass ich mich erstmal hier verstecken! Und jetzt dahinter gehen! Wie viele haben wir denn noch auszuschalten? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben! Oh, shit! Sie kann da nicht hochklettern! Ey, was? Ich denke, die kann Akrobatik! Akrobatik! Die Sache ist die... Wie ist die Range von dem anderen Wachgeschütz? Knapp! Die Eiern da drüben rum! Da sind noch zwei! Da unten sind auch noch zwei! Oh man, wie viele sind die denn? Und dann noch in der Mitte zwei, gell? Ah nee, die in der Mitte habe ich schon kaputt gemacht, stimmt! Sonst könnte ich jetzt gar nicht zu dem hier gehen gleich! Was kaputt? Boah, ist das einfach eine Ranger knapp bemessen, Alter! Wer will mich suchen? Niemand, gut! Ah, shit, 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 shit! Ich mach jetzt das Wachgeschütz kaputt! Nein, 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 nein! Nein, nein, nein! Nein, 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 nein! Hau ab, hau ab, hau ab, hau ab, hau ab! Hau ab, hau ab, hau ab, hau ab! Hau ab, hau ab, hau ab! Hau doch ab! Hau doch ab, Mensch! Ist die blöd, ey! Warum macht die denn jetzt nur Cartwheels hier? Hau doch richtig ab, Mensch! Bremscht! Geht nicht! Alter! Ney! Ist ab, ich hab echt keinen Bock, das sind alle fünf die noch fehlen, ne? Scheiße. Trennt euch doch mal wieder. Ich muss warten, bis sie weggehen. Hey Leute, guckt euch das mal an, wie lange ich brauch für diese eine publische Mission. Warum muss man denn alle wachgeschüttet aussehen? Das ist doch so. Affi. Affin Scheiße. Sön, öffn euch. Ja, Cut. Jetzt gucken sie wieder in meine Richtung. Wenn sich mal wenigstens irgendwo festhalten könnten, ne? Wird man die eine Medizide ist, hätte sie auch in den Greifer. Warum haben sie den hier nicht bekommen? Auch auf die Gefahr hingesehen zu werden. Scheiße, ich wusste es. Ich wusste es. Oh ne, warum springt die denn da an? Vor solchen Tagen hat der Joker immer gewarnt. Drei, zwei, eins. Juhu, was eine Range das hat. Warum ist sie denn auch nach vorne gesprungen? Ich hab extra das Lachgas geschmissen, damit sie nach hinten geht. Jetzt verpisst euch doch mal wieder. Scheiße, ich muss befreien. Scheißhalter. Das Geschütz ist im Eimer. Ich bin fast tot. So, der schmeißt den da rein. Wenn der den da rein schmeißt, verstecke ich mich hier hinten. Wo sind denn jetzt noch Wachgeschütze? Ich krieg echt zu viel. Das ist nur noch einster, gell? Ich schau's ab. Ich renne jetzt erst mal weg. Ich muss da auch auf ein bisschen meine Energie denken hier gerade. Ja, das ist wirklich nur noch das Seine da oben, oder? Da kommt ein Typ. Und genau da müssen dann auch wieder zwei Typen sein, gell? Ich könnte sie aber hier herlocken. Ich könnte sie aber hierher locken. Die gehen da sogar hin. Find ich gut. So. Oh? Nein! 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 Was ist denn das für eine behinderte Mission? Scheiße, alle Bachgeschütze da abends schalten. Ja genau, ich bring gleich ihn in den Tod. Was machst du denn? Schluss mit Verstecken! Genau deswegen bin ich auch eben drauf gegangen, weil die nicht ausweichen kann. Toll! Toll ist er ja, Harley. Ja, super. Jetzt erwischt mich noch ein... ...so ein scheiß Bachgeschütz. Simulation aktiviert. Das ist fürs Belästigen! Schmeiß doch ein Lachgas mal dahin! Wird er denn wieder, Mann? Oh! Mit der Verbrillungsanlage. Okay, okay. Aber vereins dich! Ich sehe sie! Du musst dich! Schluss mit Verstecken! Ich krieg dich! Das wird diesen Freak hervorlaufen! Letzte Sprengsatz ein! Hm. Drei! Zwei! Ein! Was anderes könne die ja nicht! Guck mal, das dauert viel zu lange, bis sie das kaputt gemacht hat! Vor solchen Tagen hat der Jocher immer gewarnt! Ich könnte sie aber auch eigentlich hier runterlocken. Doktor Harley, verschreibt euch erstmal ein Dickerchen! Mal schauen, ob ich diesmal besser in KK bin. Wir stehen nicht mehr auf! Geht weiter! 3-7! Oh, nach die Nacht, meine Lieblinge! Was soll von da drüben? Ja? Den mal suchen! Das war noch gar nicht! Wir machen das jetzt so, ich schlock die jetzt erstmal alle hierher, und dann kümmere ich mich um die einzelnen Nachtgeschütze noch. Damit ich nicht so viel einstecke. 5 Gegner! Sehr gut! Ich lasse jetzt hier alle liegen halt, weißt du? Ah, das ist einfach blöd! Immerhin bei Arkham City stand hier immer, dass sie in der Nähe von Gittern suchen werden. Bist du ganz alleine hier? Meister! Bist du ganz alleine hier, Meister? Drei Gegner! Das geht für uns! Hier kommt uns! Drei Gegner! Drei Gegner! So, der ist jetzt erstmal verwirrt Und wir kümmern uns jetzt in Ruhe Um die ganzen Wachgeschütze da oben Oh shit, ich muss ja die zwei da in der Mitte noch ausschalten Oh ne, sagt mir jetzt nicht, ich hab's dadurch verhunzt Na gut, müssen wir gleich gucken Ich müsste eigentlich durch ein Fenster, was ich einhauen kann, da hinkommen, ne? So, und bei ihm sind auch noch welche Oh ne, ey Bin ich wenigstens wieder in der Mitte Der Typ kommt hier hoch, was? Hier versteckt sich doch keiner, wer macht denn das? Geh doch dahinter Boah, dass sie dich jedes Mal halten muss, ey Das Trickert mich schon hart Halt, das guckt ihm eine Gestung Ist ja schlimmer, dass das Auge auch uns hier Mach's doch kaputt Wo ist der Typ? Ich muss noch was, dass er nicht zu mir kommt Bist du da ganz alleine drauf gekommen? Mensch, bist du schlau, ey Teilt der mir das jetzt mit jedem Geschütz mit, oder was? Auf jeden Fall hab ich mich ein bisschen besser angestellt als beim Versuch davor Aber Es kostet trotzdem Zeit Immer noch zwei Wo sind die denn? Da Da gehen wir von hier hin Weil sonst schießen die dann noch auf mich und dann wär alles, alles für die Katz Finally, alles weg Jetzt kann ich mich um den Typen noch kümmern Hast du dich schon mal gefragt? Das muss ich mir wirklich nicht mehr an Zurück mit dir in deine Kiste, Harleen Dich wegzuschicken war das Beste, was der Joker machen konnte Und Nacht Eieiei Was ein Chaos, ey Aber Sowas von Und jetzt Fehlerlos Scheiße Dich